Heute sind wir in der Große Karin. Schaut mal, wir sind bei einer Raumrause. Morgen, grüß euch. Heute sind wir zu uns unterwegs ein Stückchen. Zumindest bis der Schnee da ist. Wir werden jetzt als Gumpenweg aufgehen und hoffen, dass wir jetzt nicht mehr zu lange die Ski tragen müssen, sondern dass wir bald einmal die Ski anschneiden können. Bis dann. Zum Eisbetten ist auch nichts. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020